Bom. Noch einmal noch. Aufmachen. Zu machen. Na gut noch. Aufmachen, zu machen, aufmachen. Ah, jetzt gezündet. Scheiße. Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Skysulated, der Aquarian Skysmods, hier von dem guten Kinzi, der guten Schneckball, dem guten Brainy und dem guten Otoki. Wo geht sie jetzt? Geht sie euch wieder irgendwo rum? Sehen nicht. Naja, egal. Das wird nur von Sicherheit sein. Ich kann dich sehen, von hier aus. Du warst gerade auf dem Dach. Echt? Ja. Aber auf der Map siehst du mich nicht? Doch. Ich kann dich sehen. Ich kann dich sehen. Ich kann nicht sogar riechen bis hier. Habe ich wahrscheinlich wieder durch irgendeine blöde Tastenkombination meine Map ausgeschaltet. So, wie sieht es hier mit Stahl aus? Oh, da kommt wieder einiges. So, du wolltest ja gerne, dass ich einen richtigen Magiaturm mache, ne? Ja, weil dein alter Magiaturm so sehr unmagisch ausgewählt hat. Da muss ich diesen eher wie Ranz. Aber erst in die Luft sprengen. Es gibt keine andere Option. Na gut, Schwarzpulver und TNT, äh ne, Schwarzpulver und Gunpowder haben wir ja genug, glaube ich. Eben. Ist das im ME-System oder was ruckelt hier? Alter Schwede. Das ME-System ruckelt? Ne. Das würde mich wundern. Boah, bei mir. Ich habe Frames. Das geht mir gar nicht. Was kann ich denn noch machen? Ich habe ja auch wieder alle Einstellungen auf Standard. Fällt mir gerade ein. Weil ich wieder alles auf Null machen muss. Oh, ich habe bald genug Stahl. Sehr schön. Wie brauchst du noch? Ich habe 150 gebraucht. Ich habe jetzt 135. Oh, sehr gut. Noch ein Block. That's it. Tiny nicht, nein. Far auch nicht. Normal. Komm, mach normal. Alles klar. Performance. Power Safer. Okay, Power Safer. Dann. Dann. Back to game. Ich finde es sieht trotzdem noch gut aus. Aber es ruckelt auch immer noch. Es ruckelt noch. Es ruckelt noch. Egal. Ich kann auch so spielen. Es ist mir egal. Ich hatte schon lange genug Stress mit Java heute. Scheiß Java. Bäh. Ja, der Kinsey hat eine böse Vorgeschichte für den heutigen Tag. Ja, ich bin auch ein bisschen angenervt. Also nicht böse sein, wenn mal irgendwie, ne, wenn ich mal böse werde. Ähm, was wollte ich jetzt gucken? Ich schmeiß gerne ein paar Beleidigungen raus. Nee. 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 Ups. Noch nicht. Also im ME-System ist kein Gunpowder. Nee. Nein, vielleicht bei der, ähm, Kiste vorm, ähm, vorm, ähm, Megas. Ähm. Ach, das mache ich schon hier oben. Nee, auch nicht. Äh. Da ist kein einziges Gunpowder drin. Boah, der Minecraft-Sound. Alter. Heute nur shit hier. Oh, nice. So, ich geh mal nach unseren Bienen gucken. Ladida, ich hab sie durch in der letzten Folge, glaub ich, was, versucht, was zu kreuzen. Echt jetzt? Mal gucken, ob da was Gescheites rauskommt. Hm. Ja. Ah, nee, es dauert noch ein bisschen. Aber sie sind, äh, kräftig dabei, man. Oh, iku iku machen die. Hm, ich bin eine Biene. Oh, nee. Na, das wird noch so oft fallen. Dieser Text. Oh, ja. Ich bin eine Biene. Los. Bums, schneller. Ja, Dirty White Paint. Bums. Bums. Oh, 64 Gunpowder, Alter. Ist nur eine Enderperle. Und was brauche ich noch? Sand? Sand. Oh, und dieser Golden Bag of Hole, den ist Gold wert. Hm. Wie passt. Ich könnte auch nicht, ich könnte auch... Warte mal, was ist das denn? Tiny TNT? Warum, warum bebe ich sich die Maus nicht so? Was ist denn Tiny TNT? Weil sie es kann. Ich bin ein... Ich bin ein... Muss man Honig herstellen. Neter Quarz. Zwei Gunpowder. Nö, normales TNT. Du, Kinzi. Ja, bitte. Kinzi Kowski, um Honig herzustellen, da muss man doch irgendeine Maschine hier von dir benutzen, oder? Ja, die Zentrifuge. Aha, okay. Einfach rein damit? Ja, hau rein. Ja, okay. Ah, okay. Sand. Oh, na. Kim Zipfel. Ja, ich hab, ich hab was besessen. Ich hab was, ich kann was vererben. Ich hab was besessen. Ich bin besessen. Ja, da ist Sand, aber nur elf. Gibt's da noch mehr? Ich hab Bienenwachs. Dann mach auch ein neues Gravel oben in die Kiste. Ne. Wenn du dir das Sandgedünste rausholst. Ein Ziel-Upgrade und wachs. Brauchst sowieso noch mehr. Also. Uff. Da musst du. Ja klar. Ist da Gravel. Ich bin blind blind. So, mach sofort Sand, bitte. Danke. Kapiston kann wieder lauf. Was haben wir hier drin? Oh, Holzpolitur kann man herstellen. Geil. Puh, das dauert jetzt noch ein bisschen. Oder haben wir irgendwo anders Sand? Ist noch welcher in der Warteschleife hier? Ist da welcher drin? Nein. Das geht. Huiiii. Da ist ja gar nichts im autonomes Activator. Oder schick dir das so schnell weg? Ja, der ist ziemlich schnell. Okay. Also im Mittleren ist was. In den Äußeren nichts. Hm. Ich geh mal nach der B gucken. Halloween. Wo ich sowieso warten muss, kann ich ja mal ne Bilanz machen von Sachen, die wir haben. Ja. Bitte ne Bilanz? Ne Bilanz. Also 35 Diamanten. Oha. Was kam da drauf? Wir haben 29 Stacks Kohle. Der Rest? Ja, ist egal. 7 Stacks Alu. 4 Stacks Lapis Latzuli. Was ist das? Redstone? Und da oben ist ein Sertus Quarz. 309 Sertus Quarz. Redstone 3. Und gerade mir die Videos Biene am angucken. Ja. Mit dem Bielizer. Und? Er sagt was? Sum Sum Sum. Wie gesagt nein. Sumse Biene. Ich bin die Biber. Wumse Biene. Äh was? Possible Mutations. Okay, da steht noch nichts drin. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Animalia. Insekter. Hymnoptera. Abide. Apis. Aflorea. So, das ist die genaue Bezeichnung. Ähm. Ähm. Ja. Mal gucken wie gesandt da ist. Zuck. 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 Ich habe nicht so viel Hunger. Mir reicht ein Möhrensaft. 30 Sand. Was ist da im Chat passiert? Wieso? Was ist da passiert? Habe ich was verpasst? Nö, nö. Ähm. Ich würde gerne irgendwas züchten. Aber ich weiß nicht was. Und jetzt mal einfach mit der Forest Drone und den Medos. Du kannst doch auch eine neue Art Läuse in deiner Unterhose züchten. Mh, 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 mh. Das machst du ja schon die ganze Zeit. Haha. Voll gut gekonnt hat, Nutoka. Voll gut. Nö, Toka. Nö, Toka. Warum kann ich fressen, wenn ich satt bin? Äh, warum? Weil du ein fetter Otter bist vielleicht. Ah, das ist nur Möhrensaft. Davon wird nur die Haut orange. Jajaja. Hättest du gern. Ja. Zeig dir jetzt irgendwas an. Gib mir Sand. Gib mir Sand. Ich will bumm. Ich will bumm. Ich will bumm? Gib mir Sand. Ich will bumm. Gib mir Sand. Ich will bumm mache. Oh, ich brauche noch ein Feuerzeug. Oh. Hm. Komisch. Naja, die Bienen sind jetzt nochmal umsacht. Mal gucken, ob da jetzt was rauskommt. Hä? Ach egal. Erstmal 5. Geh mir mal weg hier. 4. Ich geh mal weg hier. 8. Hm. Hm. Da. Oh, ich muss meinen Jetpack langsam nochmal aufladen. Nein. Ich jetzt wieder ein Stack, ne? Ich hasse es. Na, hör auf, hör auf, hör auf. Ich schmeiß dich voll mit Feuerstein. Oh Gott. Jetzt sind es alle weg. Wie war das denn? Shift-Rechts-Dick? Aha. Nur ein Rechts-Dick? Jetzt kommt gar nichts mehr raus. Was ist denn nun? Oh Mann. Jetzt kommt nichts mehr raus. Oh Mann. Du musst links draufklicken. Ja, aber dann habe ich einen ganzen Stack. Ja, und wenn du Shift-Links draufklickst, kriegst du nur einen. Ja. Jo. Wieso hat das eben nicht funktioniert? Ja, genau. Ich brauche einen Iron. Oder ist es Flint & Stone MME System? Ja, ist es glaube ich sogar. Oh, siehst du mal. So, das legen wir mal da ab. Nein, ist es nicht. Aber irgendwo haben wir auf jeden Fall. Oh, da stehen wir im Endeffekt. Ah, da ist kein Eisenbarren im Endeffekt. Hm, nope. Guck ich halt nochmal da. Ja, ich habe ein bisschen Stahl zu Eisen gemacht. Wenn du dich vielleicht entsinnst. Stahl zu Eisen, okay. Warum? Äh, Eisen zu Stahl. Ah, jetzt ergibt es Sinn. Nee, arg. Na gut, der muss ich halt wieder was machen. Hast du den Hammer noch, oder habe ich den? Ich hab den Hammer. Den hab ich? Ah, ich hab den Hammer. Ich hab den Hammer. Kommt der an, was für ein Hammer? Ich hab... Hart wie Diamant. Zieh dir das rein. Äh, Eisenszeug. Eisen, Eisen, Eisen. So, Block of Charcoal. Ich hab auch an Delay drin. Äh, eins, zwei, drei. Ach. Muss das denn jetzt eigentlich sein? Dann muss ich den eigentlich kleinklopfen. Ich bin auch immer faul. Was passiert da? Ich mach auch die Turm-Variante. Ah, da wird jetzt nur Eisen draus. Ah, okay. Was, wo draus wird Eisen? Was, wie? Was? Ähm, ich mach Eisen. Wo draus wird Eisen? Gut. Was? Was machst du da? Nö, ich hatte dich gerade verstanden. Daraus wird Eisen. Ja, wird Eisen jetzt. Warte. Ich mach Eisen. Okay. War das so? Ah, Sand reicht mir aber. Scheiß auf Dust. Oh, we are a dust in the wind. Mh. Mh. Another one, Scheiß the Dust. Du hast ja noch Iron drin. Ah, Smelton. Na egal. Ich fülle mal Iron nach. Wo ist denn hier der Ignot-Cars? Ignot? Ignot-Cars. Was brauche ich noch dafür? Jelurium-Ingot. wie krieg ich das redstone das brennen ok da bin ich ja gespannt komm rein mit dir so flinten wir haben auch noch die lovium ingos irgendwo hat mir noch welche die haben wir glaub ich mal als quetzbelohnung bekommen das mag sein mal irgendwo klingelt meine alarmglocke yellow ist keins drin aber irgendwo hatten wir hier ich nix weiß echt ist das noch im haus noch nicht ausgeräumt da sind sie mir nur im server diese scheiße scheiße ich mache jetzt ein bisschen bum bum erstmal ein da na vielleicht sind es zwei oh hat gereicht locker ich kann sogar drei machen oder ne kann ich nicht da sieht nicht schön aus was der kensi da macht mhm nicht schön nein nein das ist wie silvester china bella abknallen hier das ist geil ja gleich hat der kensi gar nicht mehr naja ich passe schon auf jaja ist klar bum ich mag explosionen das ging mir schon länger auf die eier Was denn? Dass du hier unten ein Loch reingerissen hast. Wo? In den Keller. Ich hab ein Kellerloch gerissen? Jo. Musst du mal dicht spachteln. Nix. Warum nicht? Alter, wir haben da unten eine ultra viel rote Farbe. Dann können wir ganz viele Gummibärchen machen. Ah, weg hier, weg hier. Bom. Noch einmal noch. Aufmachen. Zumachen. Na gut, noch einmal. Ah, jetzt gezündet. Scheiße. Nein. Kacke. Scheiß, Serverlack. Ja, genau, der Serverlack. Ja, es ist ein Serverlack. Nein, der Serverlack hat mich nur sehr spät und nach dem Aufschlag erkennen lassen, dass ich gestorben bin. Ja, ist doch kein Wunder, dass der Serverlack bei dir unten alles voll mit Scheiße liegt. Echt? Ja, klar. Lackt er bei dir auch? Ah, siehste. Das ist bei mir die... Das ist hier... Die Landleitung ist das. Ich hoffe, meine Stahlrüstung ist nicht runtergefallen. Achso, du bist nur runtergepumpelt, also runtergepumpelt, aber nicht ins Void gefallen. Achso, da ist es. Okay. Ja, das ist noch da, das ist noch da. Wo ist meine Hose? Oh nein. Ist meine Hose im Void. Willst du dir meine Schwert, bevor es weg ist? Mein Schwert, wo ist es? Da. Okay, danke. Haben wir noch? Äh, ich lorium. Schau. Aber ein Cherry Jelly Sand. Ich geh ja eh nicht im Ops klopfen. Kaum. Dann kann ich noch eine halbe Rüstung. Gut mit auskommen. Na dann wollen wir mal lieber die Stahlpickachs nehmen. Sag mal, gibt es nicht auch eine bessere Pickachs, die ganz viel auf einmal wegnimmt? Du konntest ja einen Hammer machen. Ein Hammer... Also ein Tinkers Hammer. Ja, und der nimmt neun Felder weg, ne? Ja. Das wäre jetzt praktisch gut. Jetzt kann ich auch noch ein Meadows High. Hast du das gekriegt? Deine Hose oder deine Schuhe? Deine Hose vielleicht? Beides. Beides. Schuhe sind noch hier in der Küste. Echt? Wie sind die da denn reingekommen? Keine Ahnung. Von zufällig gesehen. Komisch. Ganz komisch. Ah, ich muss da erst rüber. Na komm. Sehr gut. Hui, Bien. Hui, Bien. Hui, Bien. Ja, da waren Bienen. Lass dich nicht stechen, ne? Ich konnte nix machen. Du darfst dich auch ruhig bei mir bedanken für die ganzen Kabelsterons, die dir aufm Kopf fallen. Ja, und dafür, dass der Server gleich wieder anfängt zu lenken. Das macht er sowieso. Also bei mir. Du Penis. Dankeschön. Ich fasse es als Kompliment auf. Okay, dann werde ich mich berichtigen, du kleiner Penis. Hahaha, du Penner. Warum ist eigentlich noch keiner von unseren Pilzen groß geworden? Oder muss man die unbedingt gießen? Da muss man unbedingt Dingspulver drauf machen. Achso. Auch auf Mü... 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 Ja, ja. Die wachsen sonst nur normal. Hallo? Zentrifuge angehalten. Dann ist sie fertig. Nein, dann hat sie keinen Strom mehr. Oh. Ich habe da extra noch Lava zugemacht. Oder schafft der Motor das nicht? Also der Lava-Generator. Ah, fuck. Scheiße. Ah, die Axt ist weg. Ah, die Axt ist weg. Ah, die Axt ist weg. Mann. Kack. Äh, du machst mit der Axt ja auch sehr viel, wenn du nach oben am Sprengen bist, ne? Du hättest das eigentlich alles in deinem Golden Bag of Warley machen können, dann wäre es nicht weggelegt. Warte mal, habe ich das nicht sogar? So wie ich dich kenne? Nein, habe ich nicht. Fuck. Mann. Schleimiger Mistdreck. Entschuldigung. Das ist das, was ich... Ja, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. The Dark Side of Kinsey. Mann. Dann mache ich mir jetzt halt eine. Der Bryniak joint the Garme. Gott. Ja. Das ist schön. Ähm. Ich brauche einen Stab. Und auch eine Prinzessin. Ich mache mir jetzt einfach eine Flint-Axt. Das ist genauso schnell wie eine Iron-Axt. Hier ist sogar noch Bone-Tool-Rod, sehr schön. Park-Builder-Tool-Station, da ist er ja. So. Zack. Das dahin. Das dahin. Und äh... Axt. Axt. Wie geht das? Dahin. Okay, dann so. Ups. Äh, was? Ich habe nur gerade meinen Bienensack weggeschmissen. Obwohl ich es gar nicht wollte. Ach, ich bin doch ein Vollidiot. Du musst doch erst den Kopf machen. Was? Äh, Entschuldigung. Was sagtest du? Ich hab meinen Bienensack gerade weggeschmissen. Obwohl ich es nicht wollte. Deswegen habe ich Ups gesagt. Ah. das hat man gar nicht gehört dass ich aufgestoßen habe das jetzt aber was ist mit mir teilst entschuldigung das schwein entschuldige bitte das geht manchmal mit durch so jetzt aber hat ich habe eine hatchet ich packe mal lieber den bilders und weg das auch das auch ja scribbling tool das brauche ich sogar noch mal und noch mal guten tag ich bin mal durch dich durchgelaufen als ob du luft wärst das war geil ja fandst du geil das war geil dann zieh dir mal rein wie ich hier den dicken stamm klein mache ich mich fertig wurde eine überraschung hat schon vorteil wenn man mein kraft x-mal neu installieren muss man kriegt immer wieder ein erfolgs erlebnis durch die achievement durch die achievement warum steht denn da 0 0 0 weil es eine wc ente ist also ich habe hier tropic ich glaube ich muss man hier ein bisschen ordnung rein machen ordnung ist das halbe lieb zum scheiß ins loch und nicht daneben ich habe ziemlich viele meadows die mache ich mal auf seite 3 die alle unterschiedlich gibt es aber gar nicht kosten denn es hessen nach vorne ja ach so in konzessen hatten gerade mal irgendwie über sich da machen damit ich irgendwie mal durch die motto steig so und dann nehmen wir mal tropical drones auf seite 1 mollusk marschi 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 auch 1 2 hm zack 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 o wir müssen gleich aufhören wir haben noch anderthalb minuten modest modest äh forest 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 Forrest, soll ich noch Forrest? Da ist noch Forrest, Forrest. Wie kommt das denn da rein? Zack und zack. So, da sind die roten, dann kommen die Marshy. Ein Juicer ist da auch drin, aha. Ich muss den ganzen Scheiß hier mal umordnen. So, auf die letzte Seite kommt das, was üblich bleibt, so. Okay. Die Steine können hier bleiben. Hallo, die U. Hallo. Ja, dann würde ich doch mal sagen, jetzt wäre ein geeigneter Zeitpunkt, um dieses tolle Völklein zu beenden. Haben wir buntes Glas. Sie kommt direkt zu mir. Ja, unten im Keller. So, Kinzi. Vielen Dank fürs Einschalten. Guck mal, wir stehen zusammen im Blumenfeld. Oh. Mach Kacke. Ja. Jo, schaut das nächste Mal wieder rein und ja, schaut doch mal bei den anderen rein. Brainiac, Schneckball, Kindzeffel, alles unten in der Beschreibung mit Links. Also, reingehauen. Tschüssi. 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 Tschüssi.